Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Heute werden wir mal einen Inlandsflug in China fliegen und zwar fliegen wir heute vom Norden Chinas in den Süden Chinas und haben da eine Flugstrecke von ca. 1100 nautischen Meilen vor uns und zwar fliegen wir heute von Peking nach Guangzhou und diesen Inlandsflug, den werden wir sogar mit einem relativ großen Flugzeug absolvieren, dafür, dass es ja eigentlich nur ein Inlandsflug ist, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil die Nachfrage bzw. das Passagieraufkommen auf dieser Flugstrecke so groß ist, deswegen fliegen wir auch heute mit so einem großen Flugzeug und zwar fliegen wir heute mit einer Boeing 747-400, also mal wieder mit der Königin der Lüfte und dies für den heutigen Flug von der Fluggesellschaft Air China und da fliegen wir heute den Flug mit der Flugnummer China, ne nicht China Airlines, sondern Air China 1315 nach. So, dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los mit der Vorbereitung für den heutigen Flug. Planmäßig startet der Flug Air China 1315 hier am Flughafen von Peking um 11 Uhr, wir haben jetzt gerade halb 11 und ich denke mal, da können wir heute sogar ziemlich real nach diesem realen Flug sozusagen nachfliegen, bzw. diesen Flug heute ziemlich real nachfliegen, dass wir auch ungefähr um 11 Uhr hier in Peking starten sollten, das sollten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Wie gesagt, das Flugzeug ist noch im Cold & Dark State, ein bisschen was haben wir noch vorzubereiten, aber das sollten wir eigentlich so, ja, wir sollten wahrscheinlich noch nicht mal eine halbe Stunde dafür brauchen, aber dann sollten wir eigentlich trotzdem heute ganz pünktlich so gegen 11 Uhr hier starten können. Und dann mäßige Ankunft in Guangzhou ist dann um 14 Uhr, 15 Ortszeit dort. So, ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal ins Cockpit und legen los mit dem Pre-Flight Procedure. So, alles noch im Cold & Dark State und dann wollen wir erstmal hier ein bisschen Strom an Bord und dazu schalten wir hier die Battery auf On und direkt mal hier die Standby Power auf Auto. So, die ersten Leuchten gehen an und wir schalten direkt mal die Position Lights auf On, die haben wir hier, die Navigation Lights oder Position Lights, das ist ja dasselbe. Genau, die gehen jetzt noch nicht an, weil wir noch nicht genug Strom haben, aber wenn wir gleich dann die External Power connected haben, was wir jetzt auch direkt mal machen, dann leuchten die auch gleich auf an den Tragflächen und hinten am Heck vom Flugzeug. So, die External Power connecten wir hier unter Ground Support, Ground Power und, hm, wieso ist die jetzt unavailable? Dann erkennt er nicht, dass wir hier am Gate stehen oder wie? Gut, dann müssen wir uns halt, ähm, die APU als Stromversorgung nehmen. Gucken wir nochmal, geht's jetzt? Ne, unavailable. Schade. Nochmal. Nochmal. Keine Ahnung, hat er anscheinend nicht erkannt, dass wir jetzt hier am Gate stehen oder so. Gut, dann eben nicht, dann werden wir jetzt die APU als Stromversorgung hier schon mal nehmen. Also einmal APU On und Start. So, dann fährt die hoch und dann warten wir hier bis APU Generator 1 und APU Generator 2 available sind und können vielleicht trotzdem schon mal mit den nächsten Schritten weitermachen. Und zwar jetzt die Bus Ties, die haben wir alle hier, die vier Bus Ties alle auf Auto einzustellen. Und, genau, jetzt als nächstes hier oben beim IRS, IRS Alignment, die schalte alle auf Nav Left Center and Right IRS. So, die APU sollte hochfahren. Und wenn die ja dann available ist, genau, steht es ja hier bei den APU Generators, dass wir dann darüber Strom nehmen können. Ich weiß gar nicht, wie lange das immer ungefähr gedauert hat. Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen oder können wir uns das vielleicht sogar hier irgendwo anzeigen lassen. Sieht man das hier irgendwo schon? Ne, sieht nicht so aus. Zumindest habe ich jetzt nichts gesehen. Wir können nochmal gucken, aber ich verstehe irgendwie nicht, wieso wir jetzt die Ground Power nicht nehmen können. Immer noch unavailable, ja gut, dann werden wir es auch später irgendwann nicht haben. So, na gut, dann wäre der nächste Schritt, der nächste Schritt im CDU, beziehungsweise hier im FMC jetzt, unter, gehen wir erstmal hier auf Ident und dann, genau, Root. Gut, wir müssen noch kurz warten, dass wir hier dann die Last Position, die Set IRS Position hier rein kopieren können. Zwar haben wir aber erstmal, dass die APU hochgefahren ist, aber wunderbar, die ist hochgefahren. Dann können wir jetzt die APU Generators hier auf On stellen und jetzt haben wir hier auch alle Bildschirme funktionieren sozusagen. Jetzt arbeiten auch alle Bildschirme sehr gut. So, jetzt sollte hoffentlich bald hier, ja, uns es möglich sein, die IRS Position zu kopieren. Wenn dann hier das Flugzeug weit genug lokalisiert ist, sollte es eigentlich funktionieren. Sonst müssen wir nochmal kurz die auf Off stellen. Also nochmal das IRS auf Off und dann nochmal, wir machen es einfach nochmal, wir schalten es nochmal auf Off. Alle IRS nochmal auf Off und nochmal auf Nav. Vielleicht geht es jetzt, ja, jetzt funktioniert es sehr schön. So, Last Position in die Set IRS Position und wir fahren fort erstmal damit, dass wir jetzt hier wieder ins Menü gehen, ein paar Türen öffnen und damit dann auch gleich GSX anfordern. So, wir machen erstmal ein paar Türen auf und zwar den Left Entry Forward, dann auf der rechten Seite Entry 1 auf der, genau, auf der rechten Seite. Dann links nochmal die hinterste Tür, Entry 5 und rechts auch die hinterste Tür und die beiden Cargo Doors. So, genau, dann können wir kurz nach außen gehen und GSX einmal anfordern und auch die Fluggastbrücke gleich mal, ah, wir müssen erstmal die Park-Gramsen noch setzen. So, und dann, ähm, genau, erstmal das Catering anfordern, gucken, ob wir einen Handling Operator auswählen sollen. Ne, macht er automatisch, wahrscheinlich eher Erscheiner, genau, sieht nämlich auch so aus von der Lackierung, ne. Und, genau, steht auch nochmal Handling bei Erscheiner, Catering Services Requested und wir können jetzt hier schon mal die Fluggastbrücke andocken und die kümmern sich jetzt um die Beladung des Flugzeugs und wir, genau, weiter um den Flugplan als nächstes. Also, lasst uns hier wieder das CDU mal etwas größer darstellen, in dieser, genau, in der 2D-Ansicht hier und dann wieder, gehen wir jetzt ins FMC, jetzt auf Route und, ähm, genau, ich habe heute wieder die Flugstrecke, schon mal hier im Voraus eingegeben, unter einer Company Route. Es sind heute aber nicht allzu viele Luftstraßen und Wegpunkte, da es ja, wie gesagt, nur 1.100 nautische Meilen sind. Da sind wir ja sogar letztes Mal mit der, ähm, Boeing 737 eine längere Strecke geflogen, da sind wir ja 1.400 nautische Meilen geflogen. Aber der einzige Grund, ähm, also wie ich es jetzt verstehen würde, wieso Erscheiner auf diesem Flug so ein großes Flugzeug einsetzt, eine 747, ich glaube manchmal fliegen die auch mit der 777 zum Beispiel. Also der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, wieso Erscheiner mit diesem großen Flugzeug fliegt, ist einfach, weil die Nachfrage so groß ist. Vielleicht sind es einfach, ähm, zwei, also Peking ist ja die Hauptstadt von China, wenn ich, wenn ich da richtig liege. Und dann Guangzhou ist ja auch eine ziemlich große Stadt in China. Vielleicht sind es einfach zwei, ähm, äh, Städte, wo einfach halt viele Leute immer hin und her pendeln und deswegen, ähm, auch dieses große Flugzeug dort im Einsatz ist. So, dann gehen wir mal die Company Route ein, unter der ich die Flugstrecke abgespeichert habe. Die lautet erstmal, da haben wir erstmal ein ECAO-Code vom Flughafen von Peking, beziehungsweise, ähm, vom Flughafen von Beijing. Also in, ähm, ich glaube chinesisch heißt er, heißt, ähm, dann Peking, dann Beijing und der Flughafen heißt Beijing Capital International Airport. So, und der hat den ECAO-Code Zulu Bravo Alpha Alpha. Und der Flughafen von Guangzhou hat den, ähm, ECAO-Code Zulu Golf Golf Golf. So, genau, dreimal Golf und dann noch die Zero-One hinten dran. So, das einmal hier zur Company Route, da seht ihr, Origin und Destination sind schon passend drin. Dann die Flight Number ist, wie gesagt, China Airlines. Ah, schon wieder China Airlines, habe ich gesagt. Nein, Air China meine ich, ja. So, Air China, da haben wir Charlie Alpha Alpha und die Flugnummer ist die One-Three-One-Five. So, also dann das Ganze einmal hier rein. Hier seht ihr mal kurz, die ganzen Luftstraßen und Wegpunkte sind auch nur hier, ja, eine Seite. Und dann halt nochmal hier die oberste Zeile nochmal von einer Seite. Gut, da kommen jetzt halt noch SID und Star rein und um die werden wir uns jetzt kümmern. Und dazu kontaktieren wir jetzt erstmal hier den Ground vom Flughafen Beijing Capital International Airport. So, Contact Ground, Direct Departure. Genau, Air China-One-Three-One-Five ist auch unser Callsein heute, passend zum Flug. So, Runway Three-Six, da sind unsere Taxiways. Okay. Wunderbar, bestätigen wir das gerade mal und suchen jetzt mal die passende Departure Route hier raus. So, wir gehen also hier auf Departure, Zulu Bravo Alpha Alpha Departure, Runway Three-Six-Right. Und als SID habe ich da die passende SID Ton-Free-One-Delta rausgesucht. Die haben wir da, Ton-Free-One-Delta. So, die nehmen wir einmal, keine Transitions und dann kommt das Ganze einmal in die Route. Und dann kümmern wir uns jetzt noch direkt um den Arrival. Da werden wir heute sehr wahrscheinlich aufgrund des Wetters, wir fliegen heute wieder bei historischem, realen Wetter, wenn sich da jetzt nicht mehr viel ändert beim Wetter, werden wir sehr wahrscheinlich auf der Zero-To-Right landen und werden dort einen ILS-Approach machen, nehmen da ILS Zulu, ILS-Z. Und, ähm, genau, haben dann als Star am besten dort Attack-One-Alpha, das ist diese hier, dieses da. Standard-Terminal-Arrival-Route und als Transition nehmen wir Golf-Golf-Four-Zero-Eight. Das ist diese. So, dann einmal damit ab in die Route und dann können wir das Ganze aktivieren und bestätigen mit Execute. So, ähm, wir können am besten, bevor ich es vergesse, jetzt direkt mal hier durchgehen und gucken, dass wir keine Discord-Unities haben. Da ist nämlich schon eine, dass wir die direkt mal rauslöschen. So, ich denke mal, Tonil ist der letzte, genau, Wegpunkt auf der SID und dann geht es hier weiter über die Flugstrecke, die ich heute wieder von Routefinder habe. Da ist noch eine und da geht es dann hier letzte, Mabak ist der letzte Wegpunkt wahrscheinlich auf der Flugstrecke gewesen und über Ataga geht es dann auf die, ähm, genau, Standard-Terminal-Arrival-Route zum Flughafen von Guangzhou. Genau. So, sehr schön, das passt. Dann gehen wir wieder hier auf Route und jetzt zur Performance-Eingabe. So, Zero-Fuel-Wate haben wir wie immer 220. Ist ja eigentlich immer gleich bei jedem Flugzeug, ne, weil das Leergewicht ist ja eigentlich immer das gleiche. So, außer da ist ein bisschen was halt mehr Bestuhlung oder sowas, aber im Allgemeinen ist ja eigentlich immer so gut wie, also hier zumindest im FSX ist immer eigentlich fast das gleiche, die Zero-Fuel-Wate. So, Reserves nehmen wir heute mit, da wir eigentlich, ja, nicht so weit fliegen und so weiter. Ich denke mal, im Flugzeug könnten wir heute mal Reserves 5 nehmen. Es hat zwar relativ wenig bei einem Flugzeug, scheint nehmen wir da eher mal so 20 oder sowas mit, aber ich denke mal, da wir eh zu so einem großen Flughafen fliegen und Hongkong zum Beispiel in der Nähe ist und so weiter, könnten wir ja schnell einen Ausweichflughafen erreichen. Ich denke mal, Reserves 5 sollten gut passen. Also, Kostindex 45, wie immer bei uns und passend zur Flugrichtung nehmen wir heute ein gerades Fluglevel, sollte es sein. Genau, Flight Level 3 to Zero. So, Catering Service ist completed, sehr schön. Und, jetzt mal ausmachen, dann können wir auch hier, da fahren sie weg. Genau, der eine ist schon weg, der andere fährt jetzt auch weg. Und, wir fordern jetzt mal das Boarding an. So, Request Boarding. Der Jetway ist angedockt, genau, können die Fluggäste darüber entspannt einsteigen. Und, dann sollten jetzt auch die Container eingeladen werden. So, da hört man schon, die ersten Fluggäste kommen schon an Bord. Und, wir, genau, kommen jetzt hier, also drücken jetzt erstmal hier Execute, bestätigen das Ganze und kommen zu den Thrust Limits, machen normalen Takeoff, normalen Climb. Und Flaps 20 für den Takeoff. Hier haben wir unsere V-Speeds. 170 ist dann V-Rotate. Und unser Center of Gravity liegt bei 24%, damit eine Trimmung von 6,1. So, wunderbar. CDU Preflight ist completed. Dann kommen wir jetzt also zu nächsten Schritten vom Preflight Procedure. Da geht erstmal hier im Overhead Panel die Utility Power auf ON. Left and Right Utility Power. Dann die Generator Control Switches, das sind diese hier, die gehen alle auf ON. Jeder für ein Triebwerk. Und dann die Engine Pumps. Engine Pumps, das sind diese hier, die gehen, warte mal, sind das die? Nein, das sind die Hydraulic Demand Pumps. Warte mal, wir gucken mal anders, Richtung Overhead Panel. Genau so. Ähm, Engine Demand, oder sollten, da sind das doch die. Warte mal. Doch, das müssen die sein. Doch, das müssen die sein. Die gehen alle auf, warte mal, wirklich? Engine Pumps. Ah, nee, die sind hier drunter. Was mache ich denn? Hier. Genau, das sind die Pumps und das sind die Hydraulic Pumps. Und das hier, ähm, Hydraulic Demand Pumps. Und das hier sind die Engine Pumps hier mit diesen, ähm, Schaltern. So, genau, jetzt haben wir es gefunden. Dann Auto Start geht auf ON. Ähm, ich weiß nicht, ob das, also wir haben heute die PW-Triebwerke. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo auch so was mit Auto Start bei denen ist. Wir nehmen einfach mal hier, in Knischen machen wir einfach mal hier auf ON. Genau, ich denke mal, das passt dann. So, dann geht, ähm, das Fuel ist alles auf OFF. Genau, bleibt auf OFF. Window Heat haben wir hier, die geht beides auf ON. Dann der Jaw Damper, das sollte der hier sein. Wir gucken mal aus einer anderen Perspektive, dann sollten wir es besser sehen. Ähm, Jaw Damper. Ja, das ist der hier, geht auf ON. Dann Trim Air haben wir hier, geht auf ON. Und Upper and Lower Recirculation, direkt rechts daneben, geht auch auf ON. So, der Gasper, 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 ist hoffentlich der Schalter, oder? Ja, sieht gut aus, das sollte passend sein. Dann der Humidifier geht auch auf ON, rechts daneben. Pack Control Selector geht auf Normal. Das ist hier für Pack 1, 2 und Pack 3. Left and Right Isolation, das sollten diese hier wahrscheinlich sein, aber wir gucken mal aus der, vom Co-Pilotensitz, vom Right Seat dahin, dann sollten wir es besser sehen. Genau, Left and Right Isolation. Gehen auf ON. Dann Engine Bleed Air, hier für jedes Triebwerk, geht auf ON. Und genauso die APU Bleed Air natürlich auch. Dann das Beacon, das bleibt noch OFF, genau, das ist auch noch, äh, auf OFF, genau. Genau, und dann kommen wir jetzt hier zum Glare Shield. Da aktualisieren wir gerade mal den Höhenmesser und, genau, stellen den hier auf Hektopascal. Wir aktualisieren den gerade mal, haben 1003 Hektopascal. Dann gehen beide Flight Directors auf ON. Und wir armen den Auto-Thrust. So, dann drücken wir mal den Traffic Switch. Müssen wir hier drüben nochmal genauso machen, dass, genau, uns dann hier der Traffic, wenn das TCAS später an ist, hier auch, ähm, angezeigt wird auf dem Navigation Display. Die Auto-Brakes gehen auf RTO. Die haben wir hier unten bei dem Flugzeug, genau. Nicht so wie bei der 737, da haben wir es ja hier vorne. Und hier, hier ist es hier unten im Center Pedestral, heißt es ja, glaube ich, ungefähr, irgendwie so spricht man das, glaube ich, aus. Ähm, dann gehen No Smoking und Seed Belt Signs auf, ähm, jeweils eine auf ON, No Smoking auf ON und Seed Belt auf AUTO. So, so, und dann ist auch die, das Pre-Flight Procedure completed. Wir gucken kurz mal draußen vorbei, wie es denn dort aussieht, wie es da um unser Flugzeug steht. Ja, die Ladung ist in vollem Gange, wir können hier die Türen hier jetzt schon schließen. Da kommen jetzt hier auch die Container eingeladen, jetzt auch mit der passenden Aufschrift, in dem Fall jetzt der Erscheiner. Und, genau, dann nehmen wir heute einiges an Gepäck mit, so wie es aussieht. Vielleicht auch sogar ein bisschen Fracht, könnte ja sein, dass man vielleicht sogar ein bisschen Post oder sowas mitnehmen. Weiß ich gar nicht, könnte ich mir vorstellen, dass so, auf so Flügen, ähm, so Flugzeuge manchmal auch noch so ein bisschen Fracht mitnehmen, wenn dann aber halt auch nur so ein bisschen, also nicht wirklich viel. Ähm, je nachdem wie viel Gepäck halt die Fluggäste mitbringen. So, und wir, äh, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, schließen die Türen, so. So, gehen wir hier auf Simview, jetzt gucken wir gleich aber trotzdem nochmal wegen der Ground Power, interessiert mich jetzt nochmal, geht's jetzt? Jetzt können wir die Ground Power connecten. Keine Ahnung, wieso es vorhin noch nicht ging, na egal, jetzt lassen wir es mal weg, weil es bringt es eh nichts, die noch zu connecten. Ah, ums Fuel müssen wir uns noch kümmern, weil wir haben ja im Moment noch volle Tanks, so viel brauchen wir überhaupt nicht mitnehmen. So, gut, dass ich es gerade hier gesehen habe im, ähm, Upper E-Cass. So, das heißt, wir wollten die Türen auf der rechten Seite schließen, gell? Genau. So, die sind closed und wir gucken mal hier unter Progress. Da seht ihr, wir haben 138, ähm, dann noch, also 138 Tonnen hätten wir jetzt noch am Zielflughafen übrig. Übrig, wir werden wahrscheinlich keinen Step Climb machen, also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir auf dieser, ähm, dass wir jetzt auf dieser kurzen Flugstrecke einen, ähm, Step Climb machen werden. Und, genau, deswegen, wobei, ja, ein Step Climb, denke ich mal, ist eher unwahrscheinlich. So, und genau, was wollte ich jetzt machen, ist, ähm, wir haben 138, hätten wir am Zielflughafen übrig. Das heißt, lass mich kurz mal rechnen, ähm, das heißt, wir können 2, dann sind wir bei 140, 30, also 32, wenn wir so 38 mitnehmen. 38 Tonnen ist dann, glaube ich, eine ganz gute Menge. So, das heißt, wir gehen mal auf Menu, C-Mew, finde ich ja sehr gut, dass wir das hier so mit dem Kerosin immer so machen können. So, Refuel in Payload, Refuel, Total Fuel, ähm, genau, und dann können wir jetzt hier die Fuel-Quantie eintragen, die wir mitnehmen wollen, 38 einfach, ne? Genau, 38 Tonnen, Set, und das Flugzeug ist gleich deutlich leichter, da erinnern sich natürlich jetzt auch sofort die V-Speeds, müssen wir gleich nochmal machen. Oh, da ist ein Fin-Air, die jetzt hier, oh, die rollt zur Landebahn, 1. So, ähm, genau, Return, wir gehen wieder ins FMC, wobei, nee, das haben wir hier, genau, und, ähm, warte mal, wir machen jetzt hier nochmal, wir machen nochmal Thrust Limits, Take Off, wir machen jetzt hier nochmal neu, dass wir die, wobei, warte mal, wir müssen erstmal gucken, ob, ähm, genau, also wenn wir jetzt unter Progress gucken, werdet ihr sehen, ach, wir haben sogar 13 dann übrig, können wir sogar noch ein bisschen weniger mitnehmen, wobei, es macht jetzt auch nicht mehr viel, die paar Tonnen, wenn man überlegt, wie viele davor drin hatten, der Unterschied ist jetzt viel größer als dem, was wir jetzt gleich nochmal ändern, und zwar nehmen wir einfach nur 35 Tonnen mit, dann haben wir, ich weiß einfach mal, wie leer die Tanks eigentlich sind, aber einfach aufgrund der kurzen Flugstrecke, genau, haben wir 10 Tonnen am Ende übrig, das sollte auf jeden Fall reichen, im Fall eines, so irgendwo ein Ausweichflughafen anfliegen müssen, und das ist unser Top of Climb, haben wir jetzt, erreichen wir jetzt sogar viel früher, ne, ich glaube, das war, ähm, vorhin, bevor wir da weniger, also, als wir noch mehr Kerosin drin hatten, stand da, ähm, das ist unser Top of Climb, glaube ich, dass wir doppelt so lange dafür fliegen müssten, um den zu erreichen, jetzt merkt man einfach, dass das Flugzeug viel schneller steigen kann, so, und jetzt gehen wir nochmal, ähm, hier auf Init Reference, genau, das hat er jetzt hier aber alles angepasst, so, nochmal Thrust Limits, Takeoff, ähm, genau, jetzt haben wir hier auch eine andere Trimmung, 4,1, aber jetzt ist natürlich die Geschwindigkeit noch nicht passend, ähm, wobei anscheinend aktualisiert er die nicht mehr, hm, weil wir können jetzt natürlich viel früher rotieren, schade, 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 aktualisiert er nicht mehr, hätte ich, normalerweise müssen wir das mit dem Fuel nämlich dann machen, am besten, wenn wir, ähm, hier das alles mit, ähm, Zero Fuel Weight und so weiter eingegeben haben, also, wenn wir hier die Performance Init fertig haben, da müsste man es am besten eigentlich mit dem Kerosin machen, weil dann, ab dann zeigt er auch in der Progress Page an, wie viel Kerosin man am Zielflughafen über, also über hätte, zu viel da hätte, ja gut, dann werden wir, werden dann schon früher rotieren können, müssen wir nochmal gucken, schade, dass wir es jetzt nicht ganz genau berechnet haben, wir können, ja, wenn wir 20 hier eingeben, oder geben wir mal Flaps 5 ein, ich dachte, dann berechnet er vielleicht nochmal was anderes, machen wir mal Flaps 10, genau, machen wir es so, so, und jetzt machen wir aber nochmal, wir wollen doch jetzt Flaps 20 sozusagen, so, und jetzt haben wir hier die passenden V-Speeds, so geht das, so, sehr schön, also, seht ihr schon, 126, nicht 170 Knoten, das ist schon jetzt auf jeden Fall ein ganz schöner Unterschied, da können wir heute recht früh rotieren, werden heute auch recht schnell beschleunigen können, und, ähm, genau, machen jetzt mal die Pre-Flight-Checklist. So, Oxygen, sagen wir mal, ist, ähm, testet, ich weiß gar nicht, ob man das hier irgendwie testen könnte, das wäre dann hier, ich sehe da nichts irgendwo, wo wir linksklick drauf machen könnten. So, Flight Instruments Heading, ähm, können wir hier mal das Runway Heading einstellen, das wäre ja, wobei, das können wir eigentlich so, eigentlich so lassen, weil wir starten ja auf der 3-6-Ride, und das ist ja dann Heading 0-0 ungefähr. So, dann, ähm, Altimeter sind das set, wir können trotzdem nochmal aktualisieren, hat sich aber nichts mehr getan, Parking Brake ist set, Fuel Control Switches sind auf Cut-Off, und das Boarding ist completed, perfekt. Sehr gut getimed, wir machen das Before-Start-Procedure. So, hier bei der Geschwindigkeit drehen wir V2 ein, minimale Steigrate, beziehungsweise minimale Steiggeschwindigkeit, nicht Rate, sondern, genau, Steiggeschwindigkeit ist 142 Knoten. Dann armen wir LNAV und VNAV, und stellen hier das Runway Heading ein, haben wir bereits gemacht, und die Cruising Altitude kommt hier rein, Flight Level 320, so. Also, das Ganze einmal hier eindrehen, dauert kurz, und erledigt, wunderbar. So, dann gucken wir mal im Hydraulic Panel, da geht hier der auf Hydraulic Demand 4, Pump 4 geht auf AUX, und die anderen gehen alle auf AUX, genau, jetzt kommen hier die Schalter dran. Dann gehen jetzt alle Fuel Pumps auf ON, oh, die sind sogar schon auf ON gewesen, gut, aber hier noch die, gehen alle auf ON, ich hatte, ich vergesse hier irgendwelche nicht anzumachen, oder haben wir aber Sonny Center auch, ganz wichtig, nicht vergessen, wobei hier die Pressure anscheinend sehr niedrig ist. Ich kann gleich mal gucken, ob da überhaupt Kerosin drin ist. So, das Beacon geht auf BOTH, und die BEFORE START Checklist. So, Flight Deck Door is closed and locked, Passenger Signs sind ON and AUTO, MCP V2 Heading and Altitude are set, Takeoff Speeds sind set, sind auch hier drin, da haben wir es auch nochmal. CDO Preflight is completed, Trim ist bei 4,1, sieht hier auch ganz passend aus, kann man uns nochmal irgendwie anzeigen lassen. Vielleicht noch ein bisschen runter, so, aber das sollte ungefähr 4,1 sein. So, ah ne, wobei, wir können uns das ja genau hier anzeigen lassen, glaube ich, ne? Ähm, mhm, hier, ne, wobei, oder war das, oder war das nur beim Airbus, so, dass wir uns das hier, hier hätten wir das mit dem Fuel Goody Center und Stabilizer Tanks sind leer, die können aus, die Pumps. Ah ja, dann können wir uns das hier, glaube ich, gar nicht anzeigen lassen, ich weiß gar nicht, wie genau, ob man das hier irgendwo nochmal sehen kann, die Trimmung, naja, gut, egal, passt wahrscheinlich ungefähr. Dann, ähm, Taxi and Takeoff Briefing is completed und das Beacon ist auf BOTH. Und das Beacon ist auf BOTH.